Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von den tollen, wunderschönen Lego Marvel Super Heroes. Im letzten Part sind wir hier nicht weitergekommen, jetzt kommen wir hier weiter. Ich konnte das doch zerstören, warum auch immer ich das vorher nicht konnte. Und ja, jetzt geht's halt hier weiter. Ja, es war jetzt ein schneller Part, mit dem ich weiß, aber... Ja, kann ich auch nichts für jetzt. Lol. Hänge ich da dran? Danke. Okay, jetzt brauche ich Spidey, der das hier kann. Was ein Fick? Achso, das ist schon eine Frage. Okay. Mois. Alter, ist da viel Geld. Diese ganze Station beugt sich sprichwörtlich meinem Willen. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich hier besiegen? Ja. Ja. Das glaube ich, Bruder. Das glaube ich. Das glaube ich sogar sehr. Ah. Komm schon. Das interessiert keinen, die Cutscene ist zu lange. La. War die gerade lange und langweilig. Nicht das hier, das kaputt machen. Boah. Oh Gott. Das war jetzt gerade schnell. Oh. So, das Level wird in dem Part aber auch vorbei sein. Aber das zückt eigentlich keinen, Lol. Muss niesen. Oh mein Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse meine Nase. Jo. Schau mal. Wo sich Magneto hinverpisst hat. Was ist das? Part 23, oder? Ja. Ich glaube. Wir liegen ja eigentlich echt gut in der Zeit, muss man ja schon sagen. Du kommst mich auf meinem schönen Asteorie M besuchen, aber bringst kein Geschenk mit? Ich würde sagen, nein. Viel Glück beim Magnetisieren von Thors Gotthammer. Oh, und ich habe extra für diesen Anlass meine Rüstung entmagnetisiert. Ich habe einen Bart genommen. Das ist alles. Keiner von meiner Mutantensippe da, um ihre Rasse zu verraten? Oh, was für eine angenehme Überraschung. Ich wollte eben das gleiche sagen. So. Was zum Fick ist eigentlich mit dir los? So, Alter. Wieso seid ihr gefroren? Stopp! Stopp! Er zählt nicht schlecht. Passt auf! Ist so. Einfach in der Luft gerackt, Alter. Was mache ich denn hier oben? Am besten nicht kille ich einfach. Oder kann ich das schon zusammenbauen? Nee, noch nicht. Oh, der Herz. Kann ich immer nicht zusammenbauen. Doch jetzt. Nice. Was ist das? Lol. Wo ist das denn der Typ? Hier bist du. Fick dich, du Bastard. Lol. Wieso bin ich hier? Wieso war ich gerade hinter dir? What? Oh, hier hinten kann ich auch. Oh, hier kann ich auch speichern. Es ist natürlich auch immer nice, lol. Es ist am besten eh nur, ich warte einfach und lass dich schießen. Ich kann eh nicht recht viel mehr tun. Und was ist jetzt mit dir, Alter? Jetzt eskaliert er komplett, oder was? Wieso hat der gerade geschossen, Alter? Was bringt mir das eigentlich, wenn es dauernd wiederkommt? Boah. Was kann ich denn hier hinterbei abschießen? Nein! Ich habe nicht auf dich geschaut, du Frost. Nice. Brauche ich jetzt wieder einen Kürbis zusammen, oder was soll das denn jetzt? Oder was ist das denn? Oder ist das... Natürlich ist das wieder ein Kürbis. Für was? Übernimmt. Achso, hier brauche ich Tor. Kannst du den jetzt wegschlagen? Jawohl. Bam. Richtig gut. Pissa, Pissa, Pissa. Oh, er hat nur noch ein Leben. Und jetzt haben wir dich gleich, du Pissa. Doch. Aber das ist ein nicer Kampf. Der gefällt mir. Der spielt sich da auch an sich mega gut aus. Also nicer Kampf. Was soll man sagen zu einem Lego-Spielhaber? Ich meine jetzt... Und ja... Oh lol. Optik hier ist ja mega gut. Wie bist du jetzt? Pissa. Ich weiß nicht, wo ich da hinschießen dauern kann, aber... Das ist auf jeden Fall nice. Ich brauche jetzt eh gleich Spider-Man. Ich brauche jetzt so safe gleich Spider-Man. Das ist so klar. Bam, bam. Und jetzt habe ich jetzt die anderen nicht mitgenommen, Alter. Was macht er jetzt? Was baue ich da jetzt zusammen? Fick dich. Meine Nase läuft. Hilfe. Lol. Was kommt denn da jetzt noch alles? Jetzt kommt gleich noch das dritte. Na, bau zusammen. Was geht ab, Bruder? Ich kann das doch gar nicht zusammenbauen, lol. Das sieht aber wieder aus, wie wenn ich Tua brauchen würde und nichts Spider-Man. Oder vielleicht alle drei. Aber ja, dann... Okay, da kommt echt noch mehr. Oh lol. Also, ich muss kurz laufen, weil meine Nase... Jetzt kann ich... Oh lol, was ist das? Hier brauche ich echt Tua. Oha. Als ob Spidey hier jetzt komplett irrelevant ist. Wie, wen spiele ich denn? Komm jetzt her, da. Lad auf ordentlich hier. Spider-Man. Komm, setz deine grauen Zellen ein und überlege, wie wir ihm endgültig das Handwerk legen. Dr. Doom, ich benötige Ihre Hilfe. Ignoriere ihn. Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren. Oh, yeah. Oh, yeah. Einer von drei hätten wir dann schon mal. Sehr gut. Sehr viel Geld. Tut mir lieber. Alles top. Gut, weiter geht's. Ich weiß, warum du hier bist. Wie halten wir deinen Boss davon ab, die Erde zum Mittag zu fressen? Mein Brett. Was will Doom damit? Loki. Mit kosmischer Kraft. Wir haben fast keine Chance, die Erde zu retten, auch nicht mit deiner Hilfe. Wir können nur hoffen, dass wir Doom aufhalten können, bevor sein Plan Früchte trägt. Ich habe schon Verstärkung von außen angefordert. Das Labor sieht toll aus. Hier ist Agent Hill von Sheard. Direktor Fury braucht dringend eure Hilfe. Agent Coulson ist auf dem Weg zum Magneto. Wir sind gleich da. Mutter, wo komme ich einen Hasen? Was? Wo bin ich? Oh, ich hole den Besen. Könnte ich auch einen Besen haben? Und bitte etwas Käse. Lol, wieso spielen wir jetzt euch? Was zur Hölle? Ihr Fantastischen Vier, wir brauchen euch sofort auf dem Helicarrier. Ich kann es über Funk nicht erklären, aber es sieht nicht gut aus. Bitte kommt so schnell wie möglich her. Was wollt ihr von mir, Alter? Zum Helicarrier, oder? Will ich hier runter? Warum löst du dich nicht einmal in Luft auf? Moin. Hä? Ja, hi. Was ist denn los? Wir haben alle Daten von Sheard-Agenten und Avengers weltweit ausgewertet und können mit Sicherheit sagen, dass Dr. Doom definitiv Böses im Schilde führt. Ich weiß, das hilft uns nicht wirklich weiter, aber immerhin ist es seit Anfang nicht wahr. Wir haben alle Daten von Sheard-Agenten und Avengers weltweit ausgewertet. Wir haben alle Daten von Sheard-Agenten und Avengers weltweit ausgewertet. Wimsch! Wir müssen ihn stoppen. Meine Zeit ist gekommen. Bald werden sich alle Erdbewohner vor Doom verbeugen. Die Erde, sie ist so ein wichtiger Teil meines Racheplans. Danke, aber das mit dem Rechen übernehmen wir schon. Und sieh mal, Loki und sein Freund haben eine große, gemeine Megawaffe. Ihr Einfallspinsel habt keine Ahnung, welche Gefahr euch droht. Ich habe diesen Doom Ray entwickelt, um den Planeten vor der Zerstörung zu bewahren. Natürlich auch, um jeglichen Widerstand gegen meine gütige Herrschaft niederzuschmettern. Die Erde, wovor zu bewahren? Ich halte sie auf. Du machst meine Waffe fertig. Eine hervorragende Idee. Ihr Narren, ich bin hier der Herrscher. Hey, hey, spinnenartige Agilität zu euren Diensten. Du kannst mich unmöglich allein besiegen. Wer sagt, dass er allein ist? Jetzt geht's nicht rund. Ich habe zu tun. So, wie viel sind wir denn jetzt? Ich glaube, dass wir jetzt ganz viele verschiedene spielen, aber halt immer nur vier davon. Warte, wen spiele ich denn hier jetzt über alles? So, eigentlich vier hier. Mois. Okay, 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 okay. Aber nice. Kann ich hier überhaupt speichern, bin ich gerade so dumm, aber egal. Muss eh nicht speichern. Aber lol. Was zum... Was zum... Wisst ihr euch? Jetzt wird hier eskaliert, ey. Das ist jetzt das vorletzte Level. Also. Ach ja, und danach geht's noch ein bisschen weiter, aber das ist dann nicht mehr Teil der Hauptstory. Aber das spielen wir auch natürlich noch. Beziehungsweise, ich weiß nicht, in welcher Form es weitergeht. Ich muss mir das noch ansehen. So, hier brauche ich Spidey. Warte, ey, ich habe Captain America auch. Was macht er denn hier? Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Kann das nur Spidey, oder? Ist er da hoch? Ja. Gut. Das ist ja natürlich auch zu stören. Kann doch alles kaputt da oben. Egal. Ein Stück Teil. Alter Maul jetzt. Ja, ich sieh's doch. Ich sollte hier, glaube ich, runter, oder? Ja. Genau. Und jetzt. Bam. Bam? Nee. Kein Bam. Oh lol, ich kann da oben noch rüber. Na dann. Oh lol, also ich habe ja das gerade viel Cash. La ho holl. Nee, kann ich das gar nicht zerstören? Alles klar. Könnt ihr Dudes eigentlich auch hoch, oder kannst du da hoch schießen? Nee, kann's ja nicht. Nicht da irgendwie hoch? Kann er da auch hoch springen? Ja, natürlich kannst du das auch. Warum kann das Storm nicht? Hä? Ja, keine Ahnung. Haben wir etwas, was da hineinpassen könnte? Ja, mein Sch... Ja. Sie haben verstanden, was ich gemeint habe. Achso. Storm. Habibi, komm her. Was heißt hier... Achso, es stimmt, Loki ist ja jetzt der eigentliche Feind. Beziehungsweise Doom-Loki, ja. Alles... Das versteht man ja alles nicht mehr, Alter. Aber dass alle so gemeinsam dann hier oben sind, das wusste ich gar nicht mehr. Ich wusste gar nicht mehr, wer hier alles jetzt oben ist. Also auf... ...der Raumstation hier. Das erinnert mich bei der Boy mega an Lego City Undercover. Und Lego City Undercover ist nice. Alter, warte mal. Boy, wo ist Captain America? Geh da hoch. Weil du kannst ja das holen. Boys. Ist dich. Er ist einfach tot. Einmal geschlagen tot. Wieso kann ich das eigentlich nicht zerstören? Kannst du das zerstören? Bruder. Also, ob er das auch nicht zerstören kann. Oh, lol. Das ist ja dann richtig unnötig. Alter, du kannst das hier machen. Part ist aber auch gleich vorbei. Oha, schade. Der Part verging schnell. Muss man schon sagen. Musst man echt sagen. Was kommt jetzt? Hä? Hä? Ach so, Spidey. Boy. So. Oh, lol. Ah! Ah! Ja, komm. Warte, wo bist du hier? Mach. Ich glaube, ich will da hin, oder? Ja, ich will da hin. Gut. Lol, wie komme ich denn da rüber? Save mit Spidey einfach rüberfliegen, oder? Alter, bekomme ich ja mega viele Stats. Nein, hier muss ich das aufschießen. Oha. Oha. Das kann ich das da gar nicht kaputt machen? Okay, schade. Schade, verpiss dich. So, aber ich habe bis jetzt noch gar nicht so viel Geld bekommen. Hm. Wo ist das Ding, ey? Merah. Jetzt brauche ich dich. Easy. Na, springst du auch? Ich habe gerade 200 Millionen mal X gedrückt. X gedrückt, ja. Okay, jetzt können wir hier hoch. Alter. Hier geht es ja ab, ey. Wer muss denn hier eigentlich hoch? Wer muss hier jetzt hoch? Das Ding muss hier hoch. Okay. Boy, du gehst da jetzt mit hoch. Ja. Alter, ich habe nur noch ein Leben. Nein, ich bin gestorben. Da wäre ein Leben gewesen. Das hätte ich dann geschafft. Schade. So, da oben ist wieder was, was ich zerstören kann. Warte. Nice. So, jetzt. Ah, nimm doch das Ding, ey. Das hört sich immer so behindert an, wenn ich das Ding sag, aber es ist halt einfach das Ding. Es tut mir sehr leid. Genau da war ich schon mal. Und das sieht mega nice aus. Mach ihn mal kaputt. Kann ich den nicht kaputt machen? Okay, ne. Dann speichere ich kurz und band den Part. Gut, ich würde sagen, ich band den Part hier. Und im nächsten Part geht es weiter. Und dann werden wir schon den letzten, also ich schätze mal Doom besiegen. Und dann geht es schon zum letzten Kampf. Das heißt mit Part 25, glaube ich, ist es dann. Ist das Spiel, also die Story ist schon mal circa abgeschlossen. Also ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Und dann. Also. Wir dachten. Untertitelung des ZDF, 2020